So, der kleine Freund hier ist Hedin, Frau Silverlund. Der Name täuscht so ein bisschen, man meint, er käme aus Island, aber er ist in Deutschland geboren. Nur die Zuchtstätte nennt sich Frau Silverlund und nicht von, was ja egal ist. Er ist fünf Jahre alt, sehr neugierig. Vater ist ein Enkel von Ori, ein Hygi-Frau Keldolande. Und die Mutter ist, 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 ist Urenkel von Globlesi, Frau Saldakurki. Den Rest kenne ich nicht. Hörder von Kolkos ist auch da mit drin. Also, ganz interessant. Gut, er ist ein liebes, nettes, freundliches Pferd. Kein Turnierkracher, wird er auch nie, aber ein ganz netter Kumpel, der leicht zu reiten ist, überall hingeht. Leicht zu töten, guten Takt hat, im langsamen Tempo. Fleißig vorwärts. Wie gesagt, sehr, sehr einfach, sehr leicht, sehr unkompliziert zu reiten. Vielleicht geht jetzt gerade mal ein bisschen passig los, gar nicht drum kümmern. Das löst sich gar nicht schnell von alleine auf. Brauche einfach nur gemütlich drin zu sitzen. Und der Takt ist schon da. Er ist rundherum leicht beschlagen. Null-O-Ware-Warn-Erfahrung. Aber im Gelände, sowohl einzeln wie in der Gruppe, sehr schön, sehr nett zu reiten, was man sich, glaube ich, auch, wenn man das jetzt so sieht, gut vorstellen kann. Jetzt ist er gerade wieder so ein bisschen fest im Rücken geworden. Aber selbst wenn er ab und zu mal was fester wird, er bleibt immer ein extrem bequemes, weich zu reitendes Pferd. Egal, das ist das, was auch ein niveau so ziet. Und dann, was man sich mal sicher, dass man sich nicht mehr ausgewertet hat und sich nicht mehr ausgewertetzt ist. Vielen Dank. Und hoh. Oh. Okay. Also, wie man hat gesehen, einfach, nett, freundlich. Kein Overallbahnpferd, deswegen mache ich die Sache auch eher kurz. Aber ein Pferd, was schön im Gelände als Freizeitpferd wunderbar eingesetzt werden kann.